Heute gibt es die komplette Formel meines Abiturcoachings, wie du dein Traumabitur erreichst. Willkommen zurück Abiturnäden, hier ist Leo und dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur. Jetzt bin ich ja wirklich schon seit einiger Zeit hier als Abiturcoach auf diesem YouTube-Kanal oder auch in diversen Online-Coachings durch YouTube-Kommentare im privaten Austausch mit euch oder durch die Bootcamps auch und alles mögliche, was wir machen, Schulverträge. Und ich merke einfach immer mehr, geil mal, dieses konkrete Ziel Traumabitur ist eigentlich auf ziemlich wenige, aber deswegen genauso eben wichtige Faktoren herunterzubrechen. Und deswegen habe ich mir mit der Zeit so gedacht, was ist denn, kann man nicht eigentlich so mehr Formen entwickeln, wo man so wirklich schauen kann, okay, wenn ich die Komponenten drauf habe, dann kann ich mir eigentlich sehr, sehr sicher sein, dass ich extrem, extrem gute Noten in der Oberstufe schreibe. Und mittlerweile hatte ich da was immer, Christian, ich sehe da was immer mehr für mich, genau, es ist für mich noch nicht tausend, es ist nicht perfekt, aber es ist schon wirklich extrem gut und wird dir sicherlich sehr stark weiterhelfen. Denn im Prinzip würde ich sagen, dass es einfach nur drei Phasen gibt, die es einfach immer wieder im Prozess der Oberstufe innerhalb dieser zwei Jahre gibt, die einfach darüber entscheiden, ob du sehr gute Noten schreibst oder nicht. Und die will ich einfach in diesem Video mit dir besprechen. Erstens, machen. Machen ist die allererste Sache und machen teilt sich für mich wieder in zwei Unterbereiche ein. Zum einen das Anfang und dann das Durchziehen. Weil um überhaupt mal in irgendwas, irgendwas zu erreichen, irgendwas hinzubekommen, musst du es machen. Du kannst keine guten Noten schreiben, ohne irgendwas dafür gemacht zu haben. Du musst lernen, du musst lernen, du musst Dinge hinschreiben, du musst im Unterricht zuhören, du musst machen. Das ist einfach so wichtig, du wirst nicht drumherum kommen. Und dieses Machen, gerade dieses Daheim-Dann-Lernen, also wirklich diese Vorbereiten, das ist ja wirklich das Allerwichtigste für deine Top-Noten, da musst du natürlich als allererstes mal anfangen. Wenn du nicht anfängst, kannst du auch nicht durchziehen. Das heißt, die allererste Sache, bevor du dir über irgendwelche Lernstrategien, irgendwelche anderen fortgeführten Ideen oder sonst was Gedanken machst, die allererste Sache, die du überprüfen solltest, wenn du dich fragst, okay, bin ich wirklich schon in meinem absoluten Top-Level, mache ich schon das Maximum, was ich tun kann, hole ich schon das meiste aus meiner Oberstufenzeit raus, dann solltest du erst mal schauen, setze ich mich überhaupt zu den Hausaufgaben hin? Setze ich mich überhaupt zum Lernen hin? Bereite ich mich überhaupt rechtzeitig aufs Abitur, aufs nächste Referat, auf mein Seminar arbeiten? Was kommt das? Bereite ich mich darauf rechtzeitig vor? Das heißt, wenn du von der Schule heimkommst, schaffst du dich direkt an die Hausaufgaben zu setzen. Oder wenn du sagst, du machst eine kleine Pause dazwischen, schaffst du dann nach, dann eben, wenn du es dir vornimmst, dich direkt an die Hausaufgaben zu setzen, dann sagst du es dann, um den Schreibtisch zu gehen. Das ist die allererste Frage. Wenn du das nicht schaffst, dann musst du daran arbeiten. Ansonsten, übrigens, wenn du hier das Problem hast, dann würde ich dir hier mal rechts oben empfehlen, wie heißt das Video irgendwie, 100% Motivation zum Lernen. Das dürfte dir, denke ich, da schon am allermeisten helfen, dass du wirklich hier erstmal da den ersten Lösungsvorschlag bekommst, wie du anfängst anzufangen. Wie du anfängst anzufangen, das ist auch geil. Wenn du dann anfängst, vielleicht sagst du, hey, okay, ich glaube, diesen ersten Teilschritt, den habe ich schon drauf. Ich schaffe es eigentlich, mich direkt hinsetzen. Dann ist die Frage, ziehst du auch wirklich durch? Ziehst du auch wirklich durch? Es bringt relativ wenig, wenn du sagst, in 99% aller Fälle, wo ich mir vornehme, da um die Uhrzeit eine Lernsession zu machen, mache ich auch diese Lernsession. Aber dann soll die Lernsession planmäßig eigentlich 90 Minuten gehen, aber du machst sie nur 30 Minuten. Das ist natürlich lange nicht das, was du schaffen könntest. Deswegen, wenn du sagst, okay, ich mache im Sinne von, ich fange an, hinterfrag auch, ob du machst, im Sinne von, dass du durchziehst. Denn konstant ist unspaßlich, ich merke das immer wieder, die eine einzige Sache, die erfolgreiche Menschen von unerfolgreichen Menschen unterscheidet. Es ist einfach Konstanz. Und deswegen die Frage, wenn du sagst, okay, ich setze mich hin, ziehst du es dann auch wirklich durch? Wenn du das nicht schaffst, dann, wenn du so denkst, okay, da ist mein großer Knackpunkt aktuell, dann zeig hier mal oben ab, was für ein Video kann ich dir da empfehlen? Disziplin. Ich glaube, das Video für extreme Disziplinen, das verlinken wir dir hier rechts oben mal, das wird dir da, glaube ich, am meisten helfen. Dann die zweite Phase und das ist die Strategie. Es ist ja geil, wenn du wirklich machst, im Sinne von, du setzt dich an deinen Schreibtisch und ziehst ihn auch wirklich durch. Das Ding ist, nur vom vielen Machen muss noch nicht zwangsläufig viel passieren. Weil du kannst mega schnell und mega konstant laufen, wenn du in die falsche Richtung läufst, bringt dir das leider gar nichts. Deswegen ist, wenn du das da wirklich in den beiden ersten Sachen zwischen dem Anfang und dem Durchziehen einen Haken setzen kannst, dann ist extrem wichtig, wie machst du das? Also nicht nur ob und wie lange du das machst, sondern auch wie, auf welche Art und Weise du das Ganze tust. Und auch hier, diese Strategie-Part, den kann man auch wieder in zwei Sachen unterteilen. Auf der einen Seite Zeit und auf der anderen Seite das Lernen. Sprich, auf der einen Seite ist wichtig, wie gehst du mit deiner Zeit um? Wir alle haben nur 24 Stunden am Tag, 168 Stunden in der Woche. Und die Frage ist natürlich, wie nutzt du diese? Natürlich kann es, jeder macht in diesen 168 Stunden konstant irgendwas. Die Frage ist, was machst du darin? Das heißt, in Bezug auf das Ziel deines Traumabiturs ist natürlich die Frage, wie schaffst du es, deine Woche möglichst so zu gestalten, dass du entsprechend deiner Ambitionen möglichst viel Zeit für die Oberstufe investieren kannst. Und wenn du da merkst, okay, irgendwie ich mache voll viel und ich gebe auch Gas und so weiter, habe ich das Gefühl, das ist so, ich habe da gar keine Prioritäten, das ist irgendwie alles komplett durcheinander. Dann schau dir unbedingt mein Video hier rechts oben, Zeitmanagement in der Oberstufe an, das dürft ihr dir da am meisten bringen. Wenn du sagst, hey, Zeitmanagement und so, habe ich drauf, ich verbringe viele Stunden am Schreibtisch, was nicht bedeutet, dass du zwangsläufig viele Stunden am Schreibtisch verbringen musst. Wenn du sagst, ich will weniger machen, ist auch perfectly fine. Aber eben, wenn du sagst, okay, hey, nee, Zeitmanagement habe ich drauf, daran glaube ich, liegt es nicht. Dann ist natürlich die Frage, du kannst natürlich deine Woche extrem gut planen, dass du möglichst viel Zeit oder so viel Zeit mit in die Oberstufe stecken möchtest, dass du die hast. Du kannst durch die beiden vorherigen Komponenten der ersten Phase, der Machenphase, kann sein, dass du dich wirklich immer hinterst und immer wirklich durchziehst. Das heißt, du machst die ganze Zeit und das auch schon ziemlich zeiteffizient. Dann ist natürlich die Frage, mit welcher Strategie in Bezug auf das Lernen? Wie lernst du? Liehst du einfach nur die ganzen Sachen, die ganze Zeit wieder durch? Dann kann ich dir garantieren, dass du wahrscheinlich vielleicht 5 bis 10, bis allermaximal 20% aus dem Aufwand, aus der Zeit, aus der Energie, die du in die Oberstufe, in dieses Lernen steckst, bisher rausholst. Wenn du da wirklich das Maximum rausholen willst, dann schau dir hier rechts oben das Video zur AI-Methode, meiner selbst entwickelten, kompletten Lernstrategie an. Es gibt eigentlich nicht so viele andere, zumindest nicht so komplette. Aber du kannst dich auf jeden Fall auch grundsätzlich über das Thema belesen, empfehle ich dir definitiv. Aber da in dem Video steckt schon mal das Allermeiste, was du da auf jeden Fall brauchst. Und das, damit du eben hier auch wieder abchecken kannst, okay, Zeitmanagement habe ich drauf, Lernstrategie auch. Und dann können wir zur letzten und dritten Komponente gehen. Und diese dritte Komponente ist dann Performance. Ich liebe dieses Wort, Performance. Und auch Performance kann sich wieder in zwei Sachen aufteilen. Und zwar, auf der einen Seite dein mentaler Zustand oder auch Mental State, wenn man es cooler ausdrücken möchte. Und auf der anderen Seite, sorry, die Prüfungsbearbeitung. Was meine ich damit? Wenn du machst, du fängst an und du ziehst auch immer durch. Das mit der richtigen Strategie, im Sinne von, du menschst deine Zeit sehr, 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 sehr gut und du lernst mit der richtigen Strategie, dann bist du unmittelbar vor der Prüfung bestmöglich vorbereitet. Weil du ziehst die ganze Zeit durch, du machst die ganze Zeit und das auch noch auf die beste Art und Weise. Besser kannst du dann nicht vorbereitet sein. Dann ist aber das alleine noch keine Garantie dafür, dass du auch deine Traumloten schreibst. Denn du kannst alles wissen, du kannst alles perfekt anwenden können. Du kannst ja absolut genius in diesem Bereich sein. Wenn du es nicht schaffst, das in der Prüfungsituation abzurufen, dann wird es eben schwierig. Und deswegen als allererste Sache mal der Mental State, der mentale Zustand. Da ist mein persönliches Ziel immer der Hashtag Beast Mode. Da habe ich noch kein Video gemacht, sollte ich auch mal machen. Aber ihr müsst nicht zwangsläufig in der Prüfung so in dem richtig kranken sein, um so voll abzugehen. Es reicht eigentlich schon, wenn du es dir nur nicht durch irgendwie Angst oder so verkackst. Deswegen, wenn du da Probleme mit Prüfungsangst, Blackouts und so weiter hast, dann schau einfach mal hier rechts oben das Video, also unser Cutter, lass mal da das Video zur Prüfungsangst hinpacken. Dann könnt ihr das da abchecken. Wenn du Probleme mit Blackouts spezifisch hast, kannst du auch einfach mal auf YouTube Leo Eccl Blackout suchen. Das könnt ihr übrigens in Bezug auf jedes. Egal, ich sage es euch heute, bevor ihr nach irgendeinem Video fragt oder ein Video vorschlägt, da bin ich saudankbar dafür. Aber versucht wirklich mal einfach Leo Eccl und dann Sport. Oder Leo Eccl Geschichte. Oder Leo Eccl Lernen. Oder Leo Eccl Zeitmanagement. Oder Leo Eccl Abendroutine. Egal was es ist, du es einfach profilisch einzugeben. Zu 90%, zu 95% gibt es dazu ein Video. Deswegen sucht erst das. Und wenn es dann nicht gibt, dann schreibt es mir gerne vor. Dann bin ich sehr, sehr dankbar dafür in die Kommentare. Aber so könnt ihr euch vor allem auf den beiden ganzen Mittag über 350 Videos, also so auf diesem Kanal, zurechtfinden. Das nur an der Stelle. Wenn du dann sagst, ey, nee, ich gehe eigentlich immer richtig gut gelaunt oder einfach positiv oder fokussiert in die Prüfung rein, und daran liegt es auch nicht, dann musst du dir unbedingt als allerletzte Sache noch die Prüfungsbearbeitung anschauen. Denn viele sind zu gut vorbereitet, haben auch keine Probleme mit Prüfungsangst oder Blackouts oder so, aber sie wissen nicht ganz, wie sie die Prüfungen richtig bearbeiten. Deswegen, da, wir können jetzt leider hier, weil man kann nur 5 Sachen ins E-Packen, leider keine Sachen mehr reinpacken. Am besten sind, links du das unten in der Videobeschreibung und dann noch das Video wie du Klausuren 40% besser bearbeitest. Wenn du keinen Bock hast, auf den Link in der Videobeschreibung zu klicken, dann gib einfach auch da bei dir wieder ein Leo-Eckel-Klausuren bearbeiten oder Leo-Eckel-Klausuren 40% oder was auch immer. Ich meine, ihr kennt euch ja mit YouTube aus. Da erkläre ich dir auch da alles. Und das allergeilste, und das ist mit das Wichtigste, was du aus diesem Video rausnehmen kannst, ist, dass im Prinzip deine Traumnoten folgen einfach dieser einfachen Formel. Machen, Strategie, Performance. Und du kannst sie zu jedem Zeitpunkt immer wieder fragen, fange ich nicht an, ziehe ich es nicht durch, manage ich meine Zeit nicht richtig, lerne ich nach der falschen Strategie, habe ich meinen mentalen Zustand in der Prüfung nicht unter Kontrolle oder bearbeite ich die Klausuren einfach falsch. Und egal, was von dem Sex ist, du kannst daran arbeiten, total unabhängig von den Emotionen, du kannst einfach daran arbeiten, das verbessern und du wirst wieder bessere Noten schreiben. Ansonsten, ja, that's it. Oberstufe und Trauma-Mitur kann so leicht sein. Deswegen in diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Video. I wanna know what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene, no, my city's blessings, I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.